Hier im Herzen des Ruhrpots produziert Gym 80 als weltweit erfolgreicher und führender Hersteller im Bereich Fitness, Medical und High-Performance-Geräte und Maschinen. Der Showroom vermittelt einen Eindruck von der Vielzahl an Maschinen, die mit exzellenter Biomechanik, handwerklicher Präzision und klarem Design abwechslungsreichste Trainingsmöglichkeiten bieten und für die Ewigkeit gebaut sind. Bei einem überdurchschnittlich gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Fertigung hier in Gelsenkirchen basiert auf deutschem Stahl aus der Region. Mit langjährigen Lieferanten verbindet Gym 80 die Qualität, die auch den eigenen Kunden gewährleistet wird. Hier wird malocht wie früher. Dennoch fehlt es nicht an modernster Technik, Innovation und Präzision. Gym 80 ist mit über 95% Fertigungstiefe absolut vielfältig und doch ganz individuell. Qualität made in Germany seit 1980. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.